Hey Leute, hier hatte ich jetzt für euch meinen vorerst letzten Helmet Guide, nämlich Helmet Hildryn. Ich muss direkt schon mal sagen, das was ich hier gemacht habe, wird nicht jedem gefallen, denn ich habe Brüllen reingemacht. Es gibt für Helmet, äh sorry, für Hildryn viele verschiedene Spielweisen und ich selbst habe mich jetzt für eine 1-2 Spielweise entschieden, bei dem ich Brüllen noch als Buff benutze. Es gibt auch Leute, die gehen voll auf den Aegis Sturm, die Fähigkeit verwende ich jetzt gar nicht, aber man kann damit einige Gegner im CC halten, also ist auch eine nette Sache, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt für ein reinen 1-2 Bild entschieden, mit dem Brüllen dazu als Buff. Es gibt auch Leute, die machen jetzt die Helmet-Fähigkeit rein, die Schild auf einen Schlag wieder auffüllt, aber das ist in meinen Augen so eine der größten Verschwendungen, die man machen könnte. Natürlich ist alles Geschmackssache, jeder soll machen, was er möchte, aber wieso sollten wir eine Fähigkeit rein machen, die auf einen Schlag die Schilde wieder auffüllt, wenn wir diese Fähigkeit schon haben? Und der Bonus, den wir durch Brüllen bekommen, ist einfach unglaublich. Natürlich könnten wir jetzt auch noch von Ember den Flammenstoß rein machen, das wäre aber nur praktisch gegen Grineer. Da man Hildrin aber, denke ich mal, auch gegen Befallene, Befallene jetzt nicht so viel, aber gegen Korpus spielt, habe ich mich jetzt für Brüllen entschieden. Weil ihr müsst so sehen, Hildrin ist einer der Tanks, die tanken, ohne dass sie eine Fähigkeit verwenden. Haben wir nicht viele, ich sage jetzt mal Inaros und Hildrin. Während Inaros keinerlei Fähigkeit hat, die wirklich gut ist, hat Hildrin jetzt ein paar Fähigkeiten, die sie verwenden kann, nicht verwenden muss und dadurch immerhin, naja, ein bisschen was bringt. Zum einen können wir unser Brüllen verwenden und dadurch unser Team buffen, zum anderen haben wir unsere Freudenfeuerladung, die im Fernkampf schon mal massivsten Schaden macht. Und das ist ganz nett. Was heißt schon mal massiver Schaden? Also hier haben wir einen Damage-Buff von 77,4% und jetzt gehen wir mal langsam hier unten auf die Freudenfeuerladung. Ich mache damit 155.912 Schaden mit einem aufgeladenen Schuss und 77.956 mit einem Schnellschuss. Dazu brauche ich nicht weiter was zu sagen. Also ihr seht schon, da kommt Schaden rum. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch was gezeigt haben. Ich habe jetzt drin ätzende Projektionen. Macht auch nur Sinn gegen gepanzerte Gegner. Aber man kann auch überlegen, Energieregeneration reinzunehmen. Ist euch überlassen. Vorher war Energieregeneration eigentlich so etwas wie ein Bug gewesen, weil Hildrin hat ja keine Energie, sondern verwendet für alles ihre Schilde. Und deshalb, wie gesagt, geht eher in die Richtung Bug. Da das Ganze jetzt aber schon seit ungefähr einem Jahr lang da ist und nichts dran gefixt wurde und glaubt mir, es wurde schon mehr als oft genug reported, kann man davon ausgehen, dass es nicht mehr gefixt wird, weshalb ich es euch jetzt an dieser Stelle auch zeigen möchte. Natürlich vergesse ich jetzt jedes Mal die Pausierung aus der KI rauszunehmen und achtet jetzt einfach mal drauf, was passiert, wenn ich Energieregeneration drin habe. Shieldgate. Jedes Mal, wenn meine Schilder aufgebraucht sind, komme ich ins Shieldgate rein. Ja, das ist doch eine sehr nette Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich denke mal, ihr seht es ja. Ich sterbe nicht. Jetzt ist auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, man benutzt Hildrin nicht so oft gegen Befallene, weil das Einzige, was Hildrin wirklich töten kann, ist Giftschaden. Und wann haben wir Giftschaden? Bei den Befallenen und bei den Nox von den Grineer. Da die Nox jetzt nicht so mega oft vorkommen, beziehungsweise man einfach auf Überschilde gehen kann, was den Giftschaden neutralisiert, würde ich sagen, kann man Hildrin vor allen Dingen gegen Grineer und Korpus spielen. Aber bei Befallenen wäre ich dann doch eher etwas vorsichtig. Und wie gesagt, man kann halt ganz easy Überschilde bekommen, was bedeutet, wir wären auch gegen Schaden immun, der die Schilde umgeht. Von daher, einfach nur eine Sache, die ich erwähnen wollte. Der Grund, weshalb ich jetzt hier keine Energieregeneration drin habe, ist einfach der, dass Hildrin gerade hier zum Beispiel noch bei Gegner Level 180 mehr als Tanky genug ist, um den Schaden easy wegzustecken. Also achtet mal drauf, jetzt ist gerade mein Barrikade ausgelöst worden. Jetzt wird jeden Moment vermutlich mein Aegis ausgelöst oder auch nicht, beziehungsweise ich verwende einfach einmal den Schildraub, habe Schilde plus Überschilde, jetzt löst es mein Aegis aus. Und ihr seht, meine Schilde sind auch mehr oder minder voll, beziehungsweise in der Zeit bin ich auch absolut unsterblich wegen dem Shieldgate. Beziehungsweise, das war jetzt Barrikade wieder, jetzt ist Aegis. Nicht zu vergessen, der Giftschaden, der kommen könnte, was bedeutet, ich bin natürlich nicht ganz unsterblich. Aber ich denke schon mal, ihr seht, was Hildrin so leisten kann und warum ich keine Energieregeneration drin habe. Ich bin einfach der Meinung, man braucht es nicht. Was den Schaden angeht, das hier sind jetzt natürlich relativ schwache Gegner, aber da selbst mit einem nicht aufgeladenen Schuss kann ich die One hitten. Und wenn ich einen aufgeladenen Schuss mache, sind die natürlich dann auch sowas von tot. Wir wollen jetzt natürlich mal ein paar Gegner nehmen, die etwas mehr aushalten. Ich pausiere auch mal die KI, damit hier nicht so ein Durcheinander ist. Und wir nehmen Level 180er Heavy Gunner, weil die halten natürlich ordentlich was aus. So, ich benutze jetzt erstmal meinen Brüllen, mache einen aufgeladenen Schuss und zack, One-Hit. Okay, der jetzt nicht. Auf jeden Fall, die meisten Level 180er sind nicht One-Hit, muss ich ganz klar gesagt haben. Aber trotzdem, der Schaden, der hierbei rumkommt, ist schon massivst. Dem einen oder anderen wird vielleicht auch auffallen, dass meine Feuerrate niedriger ist als normal. Und ich habe jetzt einfach kurz vor dem Video noch was ausprobiert. Deshalb ist auch meine Freudenfeuerladung auf Rang 0. Ich habe nämlich jetzt hier mal Prime-Flammen-Ladung drin. Der Unterschied ist wirklich massivst, was den Schaden angeht, aber jeder muss für sich selbst ausprobieren, was einem lieber ist. Ich hatte vorher an dem ich Agilität drin. Ihr seht schon, wie viel Schaden ich da verliere pro Schuss. Also, das ist schon wirklich massivst viel Schaden, was ich verliere. Dafür habe ich dann eine Feuerrate von 0,62 anstelle von 0,86. Mir persönlich ist hier diese schnelle Feuerrate lieber, aber ich wollte euch halt beides gezeigt haben. Und wie gesagt, man darf wirklich nicht vernachlässigen, wie massiv dieser Schaden ist, den wir da machen. In Hiltrin habe ich jetzt drin Arcana Aegis, um meine Schilde schnell wieder aufzufüllen. Arcana Barrikade, um meine Schilde sofort wieder aufzufüllen. Dazu dann ätzende Projektionen, damit die Gegner weniger Rüstung haben. Habe ich euch aber auch gesagt, dass man da Energie-Regeneration reinmachen kann. Genau hier macht keinen Unterschied, also zumindest von den Mod-Punkten her. Aber ihr macht halt weniger Schaden gegen gepanzerte Gegner. Kraftvolle Drift und Verstärkung und blinde Wut habe ich drin, damit meine Eins halt viel Schaden macht, beziehungsweise mein Brüllen auch einen hohen Prozentsatz uns gibt. Aber auch, damit ich bei der Eins wegen dem Augment nochmal möglichst viele Schilde pro Schuss wiederherstelle. Umlenkung und Primed-Lebenskraft, damit ich viele Schilde habe. Und mein Arcana Aegis natürlich noch mehr Schilde pro Sekunde wiederherstellt. Aber auch einfach, weil Schilde mein Energiepool sind und mehr Schilde halt in diesem Fall angenehm ist. Aber theoretisch könnte man den hier rausnehmen. Man verzichtet auf knapp 1000 Schilde. Ja, müsst ihr halt wissen. Adaption, weil es auch auf die Schilde drauf skaliert. Grob gesagt gibt es uns 90% Schadensresistenz. Ganz grob gesagt ist natürlich ein bisschen anders. Dann Prime-Kontinuität, damit mein Brüllen eine schöne Dauer hat. Kann ich euch nur empfehlen. Aber auch, damit unser Schildraub knapp 2 Sekunden aktiv ist. Pro Sekunden dehnt es sich um 20 Meter aus. Was bedeutet, ich habe hier eine Reichweite von etwas über 40 Metern. 8 Meter Initial, 40 Meter, die dann grob hier drauf kommen wegen den 2 Sekunden. Schöne Sache. Nebenbei könnt ihr auch die Fähigkeit manuell canceln. Zum Beispiel, wenn ihr nur eine Sekunde das Ganze aktiv haben wollt, drückt ihr ein zweites Mal drauf. Dann bricht es halt an dieser Stelle ab. Und ich sage mal, wenn die Gegner innerhalb von 20 Metern sind, braucht ihr die Fähigkeit, sich nicht 40 Meter weit ausdehnen zu lassen. Freudenfeierwoge habe ich da noch drin, weil... Ich habe ja schon gesagt, Hiltron ist für mich ein Frame, den ich vor allen Dingen gegen Korpus verwende. Weil, naja, Korpus können Fähigkeiten canceln. Hiltron braucht nicht unbedingt ihre Fähigkeiten, um tanky zu sein. Was bedeutet, in dem Fall ist dann die Freudenfeuerwoge richtig geil. Weil mit einem aufgeladenen Schuss können wir Nullfelder mit einem Schlag zerplatzen lassen. Bedeutet, mit anderen Worten, wir brauchen keine Meiter oder so, die dann die Nullfelder zerstört, sondern können das einfach mit unserer Eins machen. Und gleichzeitig mit einem aufgeladenen Schuss können wir 645 Schilde wiederherstellen. Und nur damit ihr das jetzt gerade mal gesehen habt, mit den Nullfeldern... Na, hier oben ist er. Also ist doch wirklich eine sehr, sehr nette Sache. Und dann der zweite Schuss würde dann halt, wenn ich treffen würde, kurz einen Prozess mit dem Gegner machen. Und ansonsten müsstet ihr halt einige Male draufschießen. Aber ihr merkt es auch schon, gerade wenn ihr nicht gegen Korpus spielt und euch hier diese Schildladung egal ist, die ihr pro Schuss wiederbekommt, dann würde ich euch empfehlen, irgendwas anderes reinzumachen. Zum Beispiel flüchtige Stärke. Natürlich habt ihr dann weniger Dauer, also weniger Schildraubreichweite. Aber da müsst ihr einfach da ein bisschen rumspielen. Oder ihr macht halt Auge oder Geheimnis rein. Gibt euch ja auch Fähigkeiten Stärke. Ich habe es jetzt nicht erwähnt. Flüchtige Expertise habe ich drin wegen der Effizienz. Weil, schauen wir gerade mal hier hin. Jeder Schuss kostet mich 50 Energie. Und ein aufgeladener Schuss kostet mich halt ein bisschen mehr Energie, wie ihr darunter sehen könnt. Das bedeutet, hätte ich jetzt kein Flüchtige Expertise drin, da wird das Ganze schon verdammt teuer. Ich meine, 700 Schild für einen Schuss, das ist schon ein bisschen stramm. Und so verbrauchen wir gerade mal 427 Schild mit dem aufgeladenen Schuss, aber bekommen dann auch deutlich mehr Schilde wiederhergestellt. Von daher, ja, es ist schon eine wirklich nette Sache. Also schauen wir gerade zum Beispiel mal hier hin. Ich nehme jetzt meine Freudenfeuerladung, verbrauche mal meine Schilde mit Absicht ein bisschen. Mach dann einen aufgeladenen Schuss hier drauf und zack, sogar wieder mit Überschilde. Und deshalb mag ich halt diesen Mod, weil wir einfach mit einem Schuss mehr Schilde wiederbekommen, als wir für den Schuss verbrauchen und sogar in den Überschildbereich reinkommen. Also alles in allem, naja, ich mag einfach, wie das hier so regiert. Und wie bereits erwähnt, Energieregeneration könnt ihr eigentlich als Panik-Mod drin haben. Das bedeutet, selbst wenn ihr mal ein bisschen unachtsam seid, so wie ich gerade eben am Anfang, ihr könnt eigentlich keinen Schaden auf euer Leben bekommen, außer es ist mal Giftschaden da. Das bedeutet, ihr macht diesen Mod rein und vergesst dann einfach, dass es Auren gibt. Oder ihr macht jetzt eine Projektion rein und müsst minimalst aufmerksam sein. Also ist euch überlassen, aber ich denke mal, das hier sollte angenehmer sein vom Feeling, weil ihr halt nicht mal mehr einen Blick auf eure Schilde werfen müsst. Von daher ist das halt ganz nett. Und was man halt auch nicht vergessen darf, selbst wenn ihr dann nur diesen einen Schildpunkt habt, dieser eine Schildpunkt könnte euer Arcana Aegis oder euer Arcana Barrikade auslösen. Was bedeutet, ihr könntet dann sehr schnell eure Schilde wieder komplett aufgefüllt haben. Ich schaue gerade mal, ob ich das hier so schön zeigen kann oder nicht. Okay, jetzt hier war, glaube ich, Barrikade und Aegis auf einmal ausgelöst worden. Aber ich denke mal, man sieht, worauf ich hinaus wollte. Ich könnte jetzt hier AFK gehen und selbst wenn ich mal Pech mit den Arcana's hätte und die nicht so auslösen würden, dass ich meine Schilde wieder hergestellt bekommen würde, würde die Energieregeneration verhindern, dass ich sterbe, mir immer wieder einen Schildpunkt geben und dieser eine Schildpunkt könnte dann halt nochmal die Arcana's auslösen. Was soll ich an dieser Stelle lieber... Hier, jetzt hat man es gerade gesehen. Genau das wollte ich euch zeigen. Ich bin runter auf 0, wäre im Shieldgate drin gewesen, aber ich habe dann nochmal einen Schildpunkt wieder hergestellt bekommen und der hat dann meine Arcana's ausgelöst. Also ist eine Sache, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Wie ihr es machen wollt, ist euch überlassen. Ich sage mal, unter Gegnerlevel 100, 150 sollten die Gegner nicht mehr in der Lage sein, eure Schilde überhaupt zu weit aufzubrauchen, aber müsst ihr halt selbst rausfinden. Bevor ich es jetzt vergesse, hier nochmal ganz schnell meine Mods, die ich in der Freudenfeuerladung drin habe. Hornessenschichtlaufstreuung, tödlicher Schwein, brauche ich nichts dazu zu sagen. Pathogen, Projektile und Zuckung für Korrosionsschaden, Magnumstärke für noch mehr Korrosionsschaden, Revolverheld, damit ich schneller einen aufgeladenen Angriff machen kann und als letzten Modplatz habe ich dann entweder anämliche Agilität für mehr Feuerrad und weniger Schaden drin oder Prime-Flamm-Ladung für massivst mehr Schaden, aber etwas weniger Aufladegeschwindigkeit. Was ihr da reinmachen wollt, ist euch überlassen. Mir persönlich ist die Feuerrate eigentlich lieber als der Schaden, aber hey, müsst ihr halt selbst wissen und wenn ihr gerade in dem Bereich seid, wo ihr die Gegner ganz knapp nur noch one-hitted oder nicht mehr one-hitted, dann kann man natürlich überlegen, auf ein bisschen mehr Schaden zu gehen und dann die Gegner wieder zu one-hitten. Aber gerade wenn man da noch Brüllen dabei hat, naja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.